Hallo und herzlich willkommen im Landhotel Kallbach. Hygiene wird hier groß geschrieben. Bei uns können Sie sich sicher fühlen. Simons Kall steht für Natur, Wellness und Kulinarik. Lassen Sie sich bei uns im Landhotel Kallbach verwöhnen. Bei uns können Sie nicht nur urlauben, sondern auch tagen und feiern. Bei uns wird noch frisch und regional gekocht. Wir freuen uns auf Sie. Idyllisches Simons Kall. Wir nennen uns hier auch Perle der Eifel. Inmitten des Naturschutzgebietes. Ja, hier sind wir auf Kallbachs Adventure Golf. Das ist eine der größten Bahnen Nordrhein-Westfalens. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald im Landhotel Kallbach. Das ist eine der größten Bahnen Nordrhein-Westfalens.